Mitchell Elia Weiser 21. April 1994 in Trostorf, ist ein deutscher Fußballspieler. Er steht seit der Saison 2018-19 beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Vereinskarriere Anfänger und Bundesliga-Debüt Mitchell Weiser wurde im nordrhein-westfälischen Trostorf geboren, als sein Vater Patrick Weiser beim 1. FC Köln unter Vertrag stand. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre lebte Mitchell in Frankreich, wo sein Vater für Staderen spielte. Kurz vor der Jahrtausendwende kehrte die Familie nach Deutschland zurück, als der Vater im Jahr 1999 beim VfL Wolfsburg unterschrieb. Im Jahr 2000 kam der damals sechsjährige Mitchell in Braunschweig zum Twelfeltenhof. Im August 2005 kehrte der Vater zum 1. FC Köln zurück und der damals elfjährige Mitchell ging zu einem Probetraining des 1. FC Köln, für dessen D-Jugend er dann spielte. In der C-Jugend wurde Weiser als Stürmer eingesetzt. Als jüngerer Jahrgang kam er dann in die B-Jugend, die in der U-17 Bundesliga spielte, und wurde als Außenstürmer eingesetzt. In der Spielzeit 2010-11 wurde Weiser als älterer Jahrgang weiterhin auf den Außenpositionen eingesetzt. In der Weststaffel platzierte man sich als erster vor Borussia Dortmund. Im bundesweiten Halbfinale setzte sich die Kölner U-17 gegen die der TSG 1899 Hoffenheim durch und im Endspiel wurde der SV Werder mit 3 zu 2 besiegt. In der Folgespielzeit rückte er in die A-Jugend auf. Der Erfolg der Mannschaft im Liga-Fußball blieb aus, Weiser sah dreimal die rote Karte und spielte daher nicht in allen Begegnungen. Dennoch trainierte er ab Winter in der Profimannschaft. Am 8. Februar 2012, 20. Spieltag, bei der 0-1 Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach 2 stand Weiser in der Startelf der zweiten Mannschaft. Am 25. Februar 2012, 23. Spieltag, gab er bei der 0-2 Heimniederlage gegen Bayer 04 Leverkusen sein Bundesliga-Debüt, als er in der 74. Spielminute für Mato Jajalo eingewechselt wurde. Über München nach Kaiserslautern Zur Saison 2012-13 wechselte Weiser zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München, bei dem er einen bis 30. Juni 2015 gültigen Lizenzspielervertrag unterschrieb. Sein Liga-Debüt gab er für die zweite Mannschaft am 22. August 2012, neunter Spieltag, beim 1-0 Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg 2. Sein erstes Pflichtspiel für die Profimannschaft absolvierte er am 31. Oktober 2012 beim 4-0 Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals mit Einwechslung für Rafinha in der 79. Minute. In insgesamt neun Einsätzen für die U23 erzielte Weiser ein Tor. Um Weiser Spielpraxis zu geben, einigten sich der FC Bayern München und der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Anfang Januar 2013 auf ein bis zum Ende der Saison 2012-13 gültiges Leihgeschäft. Er debütierte am 20. Spieltag beim 1-0 Auswärtssieg gegen den TSV 1860 München in der Startaufstellung. In der 86. Minute wurde er für Florian Riedel ausgewechselt. Für den 1. FCK kam Weiser auf 13 Zweitligensätze, in denen er zwei Tore erzielte. Mit seinem Team belegte er den dritten Tabellenplatz. In der Relegation musste man sich allerdings der TSG 1899 Hoffenheim geschlagen geben. Rückkehr nach München Zur Saison 2013-14 kehrte Weiser zum FC Bayern München zurück. Sein Vertrag war bis zum Saisonende 2014-15 gültig. Unter dem neuen Trainer Pep Guardiola kam er nur auf drei Ligiensätze und spielte wieder hauptsächlich in der zweiten Mannschaft. Mit seinem Team wurde Weiser deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. In der Saison 2014-15 machte Weiser, nachdem er in der Hinrunde nicht bei den Profis eingesetzt worden war, in der Rückrunde mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Am 22. Spieltag, 21. Februar 2015, erzielte er beim 6-0 Auswärtssieg beim SC Baderborn 07 sein erstes Bundesliga-Tor. Hertha BSC Im Juni 2015 wechselte Weiser ablösefrei zu Hertha BSC und erhielt dort einen bis 30. Juni 2018 gültigen Vertrag. Sein Bundesliga-Debüt für den Verein gab er am 21. August 2015, zweiter Spieltag, beim 1-1 im Heimspiel gegen Werder Bremen mit Einwechslung für Jens Hegelau in der 75. Minute. Sein erstes Tor im Trikot der Hertha erzielte er beim 1-0 Auswärtssieg am 10. Spieltag am 24. Oktober 2015 im Spiel gegen den FC Ingolstadt 04, als er in der 11. Spielminute das Siegtor schoss. Bayer 04 Leverkusen Zur Saison 2018-19 wechselte Weiser innerhalb der Bundesliga zu Bayer 04 Leverkusen. Im Mai 2018 unterschrieb er einen bis 2023 laufenden Vertrag. Nationalmannschaft Am 10. Februar 2010 bestritt Weiser sein erstes Länderspiel, das er für die U-16-Nationalmannschaft, beim 6-0-Sieg auf Zypern gegen die Auswahl der Gastgeber, absolvierte. Am 4. September 2010 erzielte er bei seinem ersten Einsatz für die U-17-Nationalmannschaft beim 2-0-Sieg über die aserbaidschanische Auswahl sein erstes Länderspiel-Tor. Mit den U-17-Junioren nahm er vom 3. bis 15. Mai 2011 an der U-17-Europameisterschaft in Serbien teil. Als Gruppenzweiter und dem 2-0-Sieg im Halbfinale über die Auswahl der Niemarks kam er mit der Mannschaft ins Finale, das gegen die Auswahl der Niederlande mit 2-5 verloren wurde. Weiser, der während des Turniers als rechter Außenverteidiger agierte, wurde vom technischen Team der UEFA in die Mannschaft des Turniers gewählt. Wenige Wochen später gehörte er auch dem deutschen Aufgebot an, das bei der U-17-Weltmeisterschaft in Mexiko unter Trainer Steffen Freund den dritten Platz erreichte. Dabei gehörte Weiser nach Meinung der technischen Studiengruppe der FIFA als wendiger und antrittsstarker rechter Mittelfeldspieler mit gutem Passspiel und guter Technik zu den herausragenden Akteuren seines Teams und trug mit drei Touren in sechs Einsätzen zum Turnierergebnis bei. Am 29. Februar 2012 debütierte er in Osnabrücken der U18-Auswahl, als er beim 1-0-Sieg über die Auswahl der Niederlande in der 80. Minute für Marcel Deelen eingewechselt wurde. Für die U20-Nationalmannschaft wurde er erstmals am 6. September 2013 im Rahmen einer internationalen Spielrunde mit Italien, Polen und der Schweiz, eingesetzt. Beim 2-0-Sieg gegen die Auswahl Polens in Pfullendorf spielte er 65 Minuten lang, bevor er Janik Habera, einem weiteren Debutanten, weichen musste. Durch konstant starke Leistungen bei Hertha BSC wurde er von Horst Rubesch am 6. November 2015 erstmals in den Kader der U21-Nationalmannschaft für Spiele gegen die Auswahlen Aserbaidschans und Österreichs berufen. Sein Länderspieldebüt für die U21-Nationalmannschaft gab er am 13. November 2015 in Regensburg im Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2017 in Polen beim 3-1-Sieg gegen die aserbaidschanische Auswahl. Mit der U21-Nationalmannschaft wurde Mitchell Weiser am 30. Juni 2017 in Polen Europameister. Im Finale gegen Spanien erzielte Weiser beim 1-0-Sieg das entscheidende Tor.